hallo willkommen nächsten part von half live mit eurem pipi wieder und wir sehen gerade da ist einer und der versteckt sich und den machen wir tot 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 dann macht doch mal hin wir machen so der nennt mich wieg so von hinten kommt einer von ohne so ein bisschen aufpassen hier halt doch deine schnauze halt einfach die fresse ja ich bin das du idiot geht schon hier wieder gut los ich komme wieder gar nicht mehr klar auch leben ich brauche waffen scheiße der hat es kaputt gemacht daneben ha 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 ich brauche munition wo finde ich denn jetzt munition hallo ich habe nur vier schuss hier bitteschön geschenk für dich jetzt gehen wir kurz hinten hin da ist noch einer den machen wir auch ein kleines geschenk so down bitteschön hahaha der kann eh nicht wegrennen der rennt weg dieses schwein ja ich kann mich ein ich kann mich ein ich brauche nur noch munition was du und der sohn ey ich brauche munition hier verdammter kack hör auf guck mal da ist ein granat yay getauntet du lucha du lucha oh der hat ihn auch getötet hallo wie geht es ihnen oh das ist meins hallo hallo der ist doof der sind mir nicht sicher ob ich wirklich nach oben will was ist denn die welt rausfindet ja es ist was stopp hallo hat er gerade hat er versucht mich hier zu beleidigen wo ist der ist hallo der ist weg ok wenn es ist mir sau egal la 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 ja ehrlich ehrlich du machst immer schlapp aber erst einmal das ach so das ist der was das nicht zu wird ich habe nur was rotes gelesen mir ist zu spät eingefallen dass das dynamit ist ich habe jetzt keinen bock auf die scheiße ausgewischen hier bitteschön für euch wenigstens habe ich die getötet toll hier das kotzt mich schon langsam aufladen 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 reicht bitteschön gut jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen ich weiß ja dass ja eh da welche sind und hier bitteschön haha wie die geguckt haben wie autos bitteschön scheiße aus dem weg du dumme sau das macht man nicht so jetzt haben uns den gegeben oh dann werden geladen weiter geht's hallo sind sie am leben ich habe gehört dass soldaten uns retten kommen ok an einem stück überleben alles klar wo ist die musik voll der idiot hier granate fress ey ihr dummen misst es alter ich komme hier mit dem spiel so gleich klar dass ich überhaupt nichts hä ich kann nicht reden das ist so toll kann ich hier rein nein dumme sau jetzt hört damit auf auf Moment mal da hat da irgendjemand gestöhnt da muss man mal gucken was das war ist mir egal ich geh jetzt da rein und wir sind da können wir nur endlich mal nach oben wir sind immer noch nicht da so das war geplant Biff hört ihr das? hier ist irgendwo ein tier muss ich bestimmt befreien da ist es ja dumme Säcke ey ja ja schnauze man ich muss hier oben bleiben ich höre hier hört ihr das? Gehen wir kurz hier lang ok wenn es sein muss tschalalala tschalalalala jetzt müssen wir hier lang hey die können auch nicht aufhören damit diagnostizierte scheiße oh was wird denn jetzt oh ja geil 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 jetzt haben wir Muni jetzt haben wir Muni cool und wo gehen wir jetzt hin? ich hab keine Ahnung ich glaub hier lang nö hä was soll denn der Müll ich weiß was ich machen muss nein das nehmen wir nicht nein das nehmen wir nicht wir nehmen das es hat schon ne Bedeutung dass wir hier ne geile Waffe bekommen ne ne Shotgun hüff down ein Kaffee bitte nein danke warum kommt die Musik wir sind aber nah dran am Spiel dass wir es zu Ende bekommen oder so keine Ahnung ich bin ziemlich gut erstmal zugemacht ach da oben müssen wir hin BÄM in die Fresse Schwein BÄM BÄM oh daneben warte BÄM so Nachladeregel oh was ist denn das das ist ja ein komischer Dino so dann darf ich hier lang oder was ja was ist oh Leben Granaten egal kein Leben so wir wissen schon mal wo wir hin müssen da lang oder ich wollte eigentlich nicht ihn oh man scheiße ich wollte nicht den töten ich wollte eigentlich ach so ein Mist erstmal nachladen gut gehen wir hier lang wieso der auch da immer so tut als würde er mich erschrecken oh das ist ein Plan wir müssen also nach meinen Berechnungen mit dem Ding fahren und hoffen dass wir nicht runterfallen lol hat geklappt ja cool das Zeug bräuchte ich aber ich nehme es nicht weil ich sterbe jetzt sowieso nicht mehr nach meinen Berechnungen hat geklappt gut okay ja 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 hier geht es lang war wohl nichts komm hoch sag mal hallo hallo habe ich gesagt muss ich hier lang oder muss ich oh da ist mein Dings machen wir ein bisschen Muni wieder hier nein 22 schlüg Knochen hm Knochen das ist aber nicht gut wenn der Knochen wird der Kacke lagen Alter das hat aber komisch weg mit dir hat der grad was oh da hat da ist das Gehirn gefallen oh das ist eine gute der hat hier einen Schraubenzieher ach ne ist kein Schraubenzieher ich dachte das wäre ein Schraubenzieher dabei war das nur so ein komisches Scheiß hä wie komm ich denn jetzt hier hoch hallo muss ich jetzt hier wieder jumpen wollen ach ne da lol guckt euch diesen Jumpskill an ey so gehen wir nach links ist eigentlich scheißegal wir gehen nach links und hoffen ey hört sich das scheiß an mein Ohren tut weh mein Ohr tut weh so eine Sau ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr mit der scheiße leben wir müssen hier nach oben weil es ist soweit nehmen wir mal die Shotgun ich hab sie gerettet danke mal glaub lieber nicht an Wunder und Hilfe von außen ja doch ok ok hat was hat er gesagt die Aufzüge funktionieren ok wow das war aber könnte mal der Typ öfter mal da kommt er da kommt er richtig geil raus gejumped und dann sowas dann stirbt er wegen so einem Headcrapper ey so ein Idiot hm was gibt's denn hier zu holen gar nix ich glaub ich muss Anlauf nehmen ich glaub ich muss Anlauf nehmen nee kann ich gar nicht oder wollen wir es versuchen wir versuchen es Attacke es hat geklappt der da oben fällt gleich runter auf uns ich ich dachte schon nicht mal runter aber ja leider kaputt ich weiß leider ist kaputt jetzt hör mal auf zu ist er oben es hat geklappt juhu juhu es hat geklappt es hat geklappt juhu juhu wo lang muss ich ich bin jetzt hier oben ist der da hoch gelaufen hä hä zum Glück hab ich Outlast im Kopf Daten werden geladen mal gucken was jetzt kommt oh die Tür ist oben Feindensicht wo denn ja ja wir schaffen das schon mach mal hier keinen Stress ich glaub der ist tot ja hat der hier aufgemacht? nö dann mach ich halt hier Penzer kaputt ach ne ach ne wir müssen jetzt irgendwie Feuer Feuer tschalala oh der ist tot ja was mach ich denn jetzt hä was ist denn der Müll wie soll ich denn da reinkommen ich sterbe doch direkt hä hä was wollen die denn jetzt weiß ich warum geh mit da aus dem Weg ich muss hier mal ohne Tourette geh mit da aus dem Weg Ablenkung 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 ahahaha Losers ich hab's geschafft ging da einfach oh fuck ich hab ne neue Waffe seh ich jetzt aus es war ne Mine warum oh scheiße man wieso wir kommen ja mit dem ganzen Stress hier nicht voran wo bin ich denn jetzt ach so immer noch da hat gar nicht gespeichert ey ach ach jetzt hab ich gesehen da ist gar nicht vom Monster gekillt worden ja so ein Idiot da rennt der einfach ne Mine rein ich bin wenigstens so schlau gewesen und hab die Mine zerstört mit meinem Leben lol 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 Ablenkung Ablenkung war wohl nix hä dankeschön was mach ich denn jetzt oh fuck oh fuck hat geklappt ducken 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 hat geklappt hihihi der ist auch ne Mine gerannt Vollidiot gedowned it oh da kommen ja irgendwo neue mach es tot da hab ich jetzt da hinten eingetötet oder lol Headshot Idiot so haben wir den schon mal ist der grad hier reingegangen hallo ich hab keine Ahnung wir gehen jetzt erstmal weiter versuchen erstmal hier irgendwie was zu finden ich mach das Licht aus das war gut das war die gute Ablenkung was mach ich denn jetzt muss ich wieder hier Jump'n One Skill zeigen also mehr One und mehr weg lol einen hab ich gedownedet wie komm ich denn hier raus scheiße 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 dankeschön Geht doch mal weg du scheiß Touret so so wir müssen jetzt hier hoch und wir haben doch eigentlich ganz gutes Leben lol wird das gleich ja noch 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 zum Glück ey oh nein schon wieder hier kacke oh nein wie zur Hölle ne naja die Schnauz wo ist denn jetzt jetzt muss ich schon wieder hier gehen ach ne gedownedet so dann jetzt einmal hier Jump'n'bip habt ihr gesehen so macht man Headshots so macht man Headshots One Click ey solche Losers müssen wir erstmal hier spielen lernen ne ich glaub wir müssen ich weiß was wir machen müssen ok oh scheiße jetzt mach ich hier ein bisschen Ablenkung so ein Idiot oh aua aua meine arme Rüstung aua oh scheiße oh scheiße oh scheiße jetzt hab ich mich verraten und diesmal fallen wir aber nicht runter ach jetzt weiß ich warum ich runter oh scheiße oh scheiße aua Daten werden geladen nein schon wieder hier ist mir jetzt auch egal ich geh jetzt hier einfach durch ich hab keinen Bock mehr ja ja dankeschön sieben Leben drei Leben dort was ist hier los das machen wir gleich im nächsten Part ich sag mal Outro recht ist der letzte Part der unten Kanäle solche Dinger danke für die Zuschauer EGPilo bis zum nächsten Mal ciao 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 ciao